Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern, 2. Bundesliga, 2023-2024, 9. Spieltag. Kaiserslautern gegen Allover 96, Ergebnis 3 zu 1. Stadt 11, Kaiserslautern, Kral, Elvedi, Tomiak, Scholdo, Zimmer, Neuhaus, Neuhaus, Rechel, Buschholz, Ritterch, Tikeshe, Ache, Ache, Tetsche, Tetsche, Ache, Sorum, Entschuldigung. Stadt 11 von Hannover 96 Das war's von Kaiserslautern gegen Hannover 96. 22 Uhr 27 22 22 23 23 24 24 25 25 25